hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von ja hier geht es nicht ganz ich wollte jetzt mal ausprobieren da werden wir aber demnächst sowieso noch was anderes haben warte mal so klopft denn da dich raus nicht da rein dich da rein dann stimmt da zumindest schon mal wieder wo schlägt denn der die türe ein was du für drei dauern so wo tun wir denn jetzt die geist tränen die die gast hier in alro auch da haben wir sogar schon welche okay schießpulver bla 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 quarts 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 nee das machen wir mal ich gehe jetzt erst mal den sand zur schmiede bringen und dann gucken wir ob ich das mit dem quarts richtig im kopf habe lauf 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 mal gucken mal gucken mal gucken mal gucken ob das funktioniert da hinten mit dem mit dem sand in der anderen smelter wie also in dem schmelzofen hochofen stahlofen stahlofen habe ich alle möglichkeiten durch okay das ist ob sie den reingelaufen ja und hier war nicht mehr genug sagt nicht mehr genug die uns so habe ich für die überhaupt platz in der tasche wo waren darum gebackt 61 das ist doch gar nicht so schlecht das schießpulver hätten daraus machen können wollten iron ist da drin ja das muss natürlich erst raus das ist klar dass erst raus muss okay dann wird glas sehr schön der wird allerdings gerade schon wieder kalt so okay ist in ordnung kann man auch nicht das ja okay auch die kann ich so nicht rein muss ich okay ich hatte jetzt die tastenkombination geklickt um alles da rein zu flitschen aber ich denke mal das reicht wir wollen ja noch ein gewächshaus bauen hallo war der trick ist jetzt allerdings ich glaube die redstone clock kann ich da nicht dran setzen sonst wird er immer wieder den ofen einschalten gehst du da dran funktioniert aber dann nicht du fällst jetzt hoffentlich nicht in die lava verdammt die lava muss nur noch hinten hin tun wie ging so eine redstone clock verdammt er redstone sowie so hieße nicht clock so hieß es auch nicht timer system war doch da ist doch ja okay das geht relativ einfach aber wenn man eventuell nicht da haben vier stein redstone torch redstone und das redstone haben wir schon weggetan das ist nicht mehr hier man hat den sitz glatten stein aber auch nicht mehr hier ganz saft ach so da ist gar keine workbench mit runter verdammt wird mir auch gerade einfällt ich habe den extra mitgenommen dass wir den im messer voll machen können aber naja was man nicht im kopf hat sagt sagt so ich auch wieder rausnehmen alter was ist denn meine mein mausrat so empfindlich so ist der voll und wir haben noch vier einmal übrig ok da habe ich doch gesehen dass da noch eins ist so man wofür haben wir den eigentlich verstehen den hat man doppelt und deswegen glas können wir einpacken was hier drin ist ja das ist jetzt doof scheiße 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 warum ist das auch in die lava geflitscht ich hatte ja so eine befürchtung aber naja ach ja ich wollte zur letzten zum ende letzten folge habe ich ja noch angeschnitten was ich in dieser folge erzählen will warum oder wie genau ich auf die idee mit der doppelfolge kommen youtube das kennt jeder youtuber er hat ja ganz gerne mal mich ärgert im moment ziemlich in mehrfacher hinsicht haben wir hier noch glatten stein 1234 weil einstellungen die ich beim hochladen machen nicht übernommen werden und so scherzchen ist echt toll bin ich ganz begeistert von juku machst du super naja auf jeden fall war da letzte woche samstag glaube ich das problem da zwei folgen von mir hier von so mountain gleichzeitig rausgekommen sind freitag oder samstag ich weiß nicht genau die folge für nächsten tag hat er dann mal eben auch noch gleichzeitig mit der anderen raus gehämmert danke youtube sage ich dann mal war mir dann im endeffekt fand ich das jetzt nicht so tragisch aber naja im allgemeinen ist es so wenn man das macht zwei folgen von einer serie hier wie sie monten an einem tag dann wird die zweite geguckt und die erste nicht so im allgemeinen geht das das geht und sieht schon ein bisschen komisch aus aber das geht ach so jetzt haben wir gar keinen hopper drunter und ich war ganz begeistert dass das jetzt bei mir nicht der fall war ich meine die sind beide nicht so überragend gut geguckt worden aber sie sind beide mit der gleichen anzahl an klicks ich glaube die zweite folge hat elf klicks vergleich zur ersten die die nur zehn hat nur aber da bin ich ganz überrascht normalerweise ist der abstand bei sowas recht krasser habe ich mich drüber gefreut fand ich super haben wir da jetzt noch mehr warten noch mehr glas hat man schon mitnehmen können ganzen stack kommen wir doch eventuell weiter vier sind noch da kommen wir kommen wir nachher noch sowieso noch mal rüber ist ja quatsch war ich auf jeden fall richtig begeistert darüber ich denke wo normalerweise wenn so was passiert ich hätte ich jetzt wenn ich von diesen zehn elf klicks ausgehe hätte ich auf der ersten folge fünf gehabt und auf der zweiten zwölf oder so was das wäre dann in so einem fall eigentlich der normalfall und ich habe mich da tierisch drüber gefreut dass es gleichmäßig verteilt war schon sagen weil ich super was wollte ich denn jetzt überhaupt nachgucken wie heißt denn das zeug ich weiß nicht wie das heißt hat dem subsets hat futurum prismarine chart hatte nenne 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 das ist falsch prismarine da sie ländern hallo zeigst du mir das mal das will ich haben das zeigt mir dann halt nicht sie so gut geht doch dafür brauche ich nämlich quatsch und kloster ok und dafür brauche ich kaktus grün und lapis lazuli na gut sollte ja auch kein thema sein dafür war weil das so gut geklappt habe habe ich mir doch auch ganz der an und für sich zudem zu dem feiertag ach so der muss gebrannt werden auch eine längere folge raushauen warum nicht fand ich super irgendwie ich begeistert auch wenn da momentan die klicks ein bisschen zurückgehen allgemein betrachtet aber gut da ist also das kann ich ja sogar in der tasche halt ich habe ich natürlich nicht mehr im kopf wie viel auch das gibt vier ok und ich brauche verarscht mich doch das gibt aber auch vier und davon brauche ich auch nur vier ok alter so gott macht und bis morgen